Musik In vielen Gegenden ist er der Reins ausgerottet. Aber da, wo er noch vorkommt, nun, er wird dort nur noch selten bemerkt. Das ist recht, denn nur Wesen reinen Geistes sollen diese Erde bewohnen. Und doch verdunkelt der Teufel die Seelen, trachtet danach, die Wesen mit Krankheiten zu vergiften. Hat er auch dich ergriffen, Alfred, wo du ihm begegnetest? War es so, so dass du nun krank da niederlegst? Ich salbe dich im Namen des dreieinigen Gottes. Dein Leib, deine Seele und dein Geist haben Gutes und Böses empfangen. Haben Gutes und Böses bewirkt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020